Ja, wieder einmal Monatswöschel November, der letzte Monatswöschel Jahre 2020. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei diesem Video. Liken und abonnieren Sie den Kanal. Servus an der Loma in der Fernseher, kommen wir wie jetzt noch ein Video. Er hat Post 870. Heute geht es mal in Martin Sandstück. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei diesem Video. Den Link finden Sie in der Videobeschreibung drin. Und ja, da mögen wir jetzt mit Ihnen viel Spaß. Da es ja heute ein Martin Sandstück ist, werden wir Lieder von meiner Playlist und erlaubte Musiken laufen lassen. Wo ich keine Lizenzberechtigung dafür habe, werde ich auch nicht mal laufen lassen. Ich habe keinen Bock von YouTube eins auf den Deckel zu kriegen. Und da ja meine Maus wieder geht, danke an meinen Chef, dass er eine Anleitung ausgedruckt hat. Und das Ganze, meine Hama-Canosa-Bluetooth-Mauschen. Wenn ihr nämlich Probleme habt mit der Bluetooth-Maus und die geht dann nicht mehr. Und der Laserstrahl leuchtet trotzdem. Schaut bei Google Chrome vorbei, da gibt es immer Hama-Anleitungen. Die habe ich nämlich ausgedruckt und jetzt haut nämlich alles wieder hin. Ja, das passiert halt bei Bluetooth eben öfter. Und heute mal mit dem GBL Extreme 2. Das Video wird auch nicht so lange gehen und Platzierungen wird es nicht geben. Aber danke. Danke an euch alle. Und ja, jetzt fangen wir an mit dem ersten Lied. Lied, 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 Lied. Ja. Und zwar. Wiedstrich 6fb, 60 Aufrufe am 4.3. letztes Jahr ist hochgelassen. Das werden wir auch laufen lassen, neuer Dingens. Ja, viel Spaß, gut. Lied. Ja. Viel Spaß, gut. Ah, wunderbar. Also mir tut ja auch alles. Boden, Tisch, Bett, alles, ne. Füße auch alles. Ah. Ich schuze doch mal kurz die Seite an, dann könnte ich das auf dem Auge sehen, ne. Grafik gut. Also Wasser und Biet Vibrane bei 40 Watt im Kanal. Du wisst, es hört sich das gut an, ne. Und wer sagt, der Wasser ist nicht gut, hat überhaupt keine Ahnung von Technik. Da rege ich mich auch schon gar nicht mehr auf, ne. Schreckt ordentlich vor und zurück und das Zeichen ist eh eingestanzt worden, ne. Auf jeden Fall, ne. Gut. Perfekt. Kann man auf dem Auge und auf der Kamera sehen, ne. Gut. Natürlich den 4 zu 3 skaliert, weil ich gedacht habe, das sieht geil aus. Aber ist egal. Kann man machen, wie man will, ne. Ja, ich spüre nochmal ein wenig vor. Das muss ja nicht so lange gehen, ne. Na ja, wenn es halt gefällt, dann auf jeden Fall, ne. Gut. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Lied und zwar den hier. 2 Minuten 26 und zwar Ghidorah Timeshow. Das werden wir auch laufen und verwenden lassen, euer Ding. Ja, viel Spaß. Gott helft. Wunderbar. Funktioniert heute alles. Also hier ist ein besseres WLAN als in meinem anderen Büro. Da haut es erstens mal nicht hin, seitens schlecht und drittens, bleh. Also bei meiner Freundin haut das WLAN in Mitte 50 bis 100. Ja, 150 Inbit besser hin, ne. Auf jeden Fall, ne. Gut. So, 29 Aufrufe am 30.12. vor zwei Jahren hochgeladen. Das haben wir auch laufen lassen. Da ist nix. Hm. Das war aber klar. Und ja, viel Spaß. Die App habe ich sogar immer noch, ne. Nix. Ja. Oh. Der fräbriert auch wieder alles, ne. Ganz schön nachverfreundlich das Ganze, ne. So. Meine Freundin weiß ja sowieso Bescheid, weil ich habe gesagt, das könnte vielleicht laut werden. Und ich so, ja, nach mir. Jo, läuft, ne. Ja. Gut, kann man auf dem Auge und auf der Kamera sehen, auf jeden Fall, ne. Gut, safe. Schicke Brüder, ne. Kann man sich gar nicht beschweren, ne. Haben mir auch Mühe gegeben, ne. Naja, wenn es halt gefällt, ne. Das finden Sie alles in der Videobeschreibung drin. Den Link lasse ich euch oben oder links in der Videobeschreibung drin, ne. Die originalen und geremackten Sachen von meiner Playlist. Ja. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Lied. Und zwar 3 Minuten 53. Anime Darkface. Sorgt das immer auch von hinten und laufen lassen. Das ist das Original. Das geremackte finden Sie auch in der Videobeschreibung drin. Aber ja, Dinge sind ja viel Spaß. Gut, das ist so. Wunderbar, läuft alles. Natürlich in 1916 skaliert, weil ich gedacht habe, auf dem Handy sieht es geil aus. Aber sobald man das auf dem Laptop oder Tablet anschaut, klein. Klein, aber fein, ne. Das ist, ja. 66 Aufrufe am 8.2. letztes Jahr ist hochgeladen. Das ist das Original. Wenn man auch verwenden, neue Dinge sind. Ja, viel Spaß heute. Ja, das ist halt so. Wenn man Urlaub hat, hat man mehr Zeit für Videos. Gut, arbeiten gehen und Geld verdienen macht auch Spaß. Aber Urlaub zu haben macht mehr Spaß, weil da hat man erstens mehr Zeit. Zweitens bin ich ja Stress. Und drittens kann ich in Ruhe für euch meine Videos machen. Das müssen wir mich hier fleißig aufrufen und abonnieren können. Auf jeden Fall. Und ja. Mal schauen. Können das leiser machen. Das ist ein bisschen hoch. Hört sich das bei der Audioaufnahme nicht übersteuert an. Hört sich meine Freundin denken, warum wackeln hier wieder die Wände? Macht ja schon wieder Wasser und Wind und so. Ja. Vibrieren tut ja eh alles. Der hat zwei Mittel und Tief. Deswegen hört sich ja der Wasser ganz gut an. Ah. Aua. 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 Der Zoom hat auch seine Schwierigkeiten. Der Zoom hat auch seine Schwierigkeiten. Das brauchen wir wieder sauber machen. Kann man auf dem Auge nach der Kamera sehen. Hauptbild. Nachbarfreund, ich tue es bis zur Decke. Ich konnte es ja auch nicht hochladen, weil es ja geschützt war. Sonst hätte ich ja eins auf den Deckel bekommen. Auch immer wieder ja geile Grafik. Platzierungen wird es ja in diesem Video keine geben. Ja. Naja, wen es halt gefällt, ne? Ja, es wird noch kommen. Wahrscheinlich einen zweiten GBX für den Zeit. Dann kann ich 360 Grad Stereo Raumklang machen. Oder vielleicht noch so ein GPL Puls 3 mit Licht und 20 Watt. Der kam letztes Mal 117 Euro beim Mediamarkt oder Saturn. Das weiß ich nicht ganz genau. Aber dieses Jahr werde ich wahrscheinlich noch eine PSG Pro bekommen von meinen Arbeitskollegen. Als Dankeschön und irgendwas. Da freue ich mich auch schon drauf, dass ich da ein Unboxing wie mein Fernseher, weil ihr habt ja in den 4K Smart TV, die DS Rounds, haben 70 Watt Anlage, mein Heimkühler. Und da habt ihr ganz schön beaufgerufen, als ich das Unbox-Video hochgeladen habe. Und von der PS4 Pro wird auch noch so ein Unboxing kommen, ne? Auf jeden Fall, ne? Gut. Ja, Schaum vom Mund, ey, wenn ich rede, das ist... Okay, zum nächsten Lied, ne? Es müssen ein bisschen zügiger gehen. Ja, zügig nicht, aber normal. Anders wie es. 3 Minuten 11. Live-Show von Nürnberger Volksfest April 2019. Das werden wir auch laufen lassen, neue Dingens. Ja, viel Spaß. Self. 31 Aufrufe am 3.5. Letztes Jahr ist hochgeladen, neue Dingens. Ja, viel Spaß. So. Löt. Ja, komm. Achso, machen wir es halt so. Ah. Der geht aber schon wieder mal unter die Decke, ne? Ja. Also hier fribriert alles Boden, Tisch, Füße, alles, ne? Wieder sehr Nachbarfreund, die wieder unter die Decke da auf jeden Fall nehmen. Und wer sich beschwert, der so fast dann mit überhaupt nichts ist, sollte da auch bleiben, wo der Körper weg ist, ne? Juckt mal nicht. Oh, wie sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. auch unten selber genauso wie Bass wie hier, ja letztes Jahr, geil, gab es halt wegen Corona dieses Jahr nicht, naja, mit Bass und Beat bin ich ja zufrieden, ja was mir auch aufgefallen ist, wenn du gerade Radio oder mit dem Lautsprecher hier Musik hörst, merkst du, dass die damalige Dynamik noch besser war als heutzutage, das hört sich heutzutage wie rausgenudelt oder geschissen an, dann macht es ja, hört sich gar nicht mehr schön an, außer man tut das Ganze mit einer App rekonstruieren den Bass dann mit und die Dynamik, dann hört sich das noch gut an, ja, 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 aha, ja, dann kommen wir auch zum neuesten, ne, ja, ja, 3 Minuten 44 und zwar Chasen Voice-Fire, das werden wir auch verwenden, neuer Diensten, ja, viel Spaß man dann schon, gut, wunderbar, läuft, 19 Aufrufe am 25.03. dieses Jahres hochgeladen, ne, nix, gut, und ich hab, letztes Mal hab ich ne E-Mail bekommen auf mein Handy, dass mein Video mit ner Alltagsbeschränkung versehen worden ist, ja, das nervt nicht, ja, aber an den Aufrufen ändert sich ja sowieso nix, weil, das ist ja nur, hey, das Video ist ab 18, das ist ab 16, bla bla bla, ja. Gut. Oh, da geht's ab, Alter. Das ist ja richtig gut. Oh, da geht noch viel mit, äh. Ja, jetzt, ja, jetzt, ja, und schaff ja. Ja, und schaff ja. Hi, Sebastian, Bibi Brano, vor und zurück bei 40 Watt im Kanal, ein bisschen, das hört sich das Ganze gut an, das kann man auf dem Auge noch, da kann man was sehen, ne. Bin ich ja zufrieden, aber. Ah, ne, gut. Sehr gut. Das ist Hardrock oder Metallica. Ja, dann wollen wir schauen, aber die machen noch Wasser mit, ne. Das Jahr ist bald zu Ende. Gott sei Dank, ey. Scheiß Corona. Ja, ich werde wahrscheinlich in der oder nächsten Woche wahrscheinlich noch ein paar Lieder und Songs aufnehmen, dass die Playlist auch mehr wird, weil die muss ja auch immer höher werden, ne. Weil, ihr wollt auch mal was Neues tun, ne. Und abonnieren und aufrufen tut er mich eh schon, ne. Da kann meine Freundin hier mit melodieren. Na ja, das ist Hardrock. Ja. So, was könnten wir, ja. Genau, nehmen wir gleich das, ja. Zwei Minuten 54 und zwar Nina, Subi, steche egal. Das will man auch verwenden, neue Dingsen. Ja, viel Spaß. Gut, wunderbar. Läuft alles. Oh, Musik im Video. Ja, das geht noch, das geht noch. Wenn es so lange nicht mehr draufsteht, dann, außerdem habe ich es sowieso geschnitten und bearbeitet, also können die da eh nichts machen, ne. Himmel war die Grenze. Ja, das kann ich ja nicht so hochladen, weil, geschützt ist geschützt, ne. Self. Ja, läuft. Ich glaube, die habe ich auch abonniert, deswegen kriege ich immer die neuesten Lieder, ne. Hallo. Das haben die Bebäne vor uns, weil sie waren auf dem Auge und auf dem Paralkammer, das sehen darf ich nicht. Auf dem Auge und auf dem Paralkammer. Der geht nicht viel mehr, 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 der geht viel mehr, 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 mehr. Nein, nein. Ich habe Angst, dich zu verlieren, doch wenn da ist nichts passiert, ich sag dir nein. Die DVD habe ich auch, geil, ne. Nein, nein. Nein, nein. Disco-Speed, Alter. Heftig unter die Decke und nachbarfreundlich für die Freundinnen und hier sowieso, ne. Der erinnert sich ja sowieso nix dran, ne. Ja. Oh, schon fast 20 Minuten, das läuft ja ganz gut heute, ne. Mal nochmal den Zoom. Warten Sie nochmal kurz, ich probiere den Zoom noch. Also der Zoom haut jetzt wieder hin, er hat sich gerade im Video selbstständig gemacht, das gefällt mir gar nicht, aber jo. Okay, 4 Minuten 13 und zwar Jason Borges-Hell, das werden wir auch laufen lassen, euer Ding. Ja, viel Spaß, gut, das ist ja wunderbar, läuft alles. Oh, auch schon erkannt, ey. Passt. Ist eh bearbeitet, gemacht worden, gut. Ah, perfekt. Ah, perfekt. Oh, nein, 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 nein. Nein, das ist gut. Also passt so mit mit Vibran, vor und zurück, 40 Watt im Kanal im Business. Hört sich das gut an, das kann man auf dem Auge und auf der Kamera sehen. Zwei Karte zu spielen, auf dem Auge und auf dem Auge. Das ist gut. das hört sich doch ganz gut aus so muss laufen und nicht andersherum sonst macht es naja gut so dann kommen wir zum nächsten Lied und zwar ja 2 Minuten 24 und zwar Nina Subi Strickstrich X Power Rhythmics das haben wir auch laufen lassen die Lieder finden sie entweder in der Videobeschreibung oder in meinen Playlisten auf jeden Fall, na gut, auf jeden Fall, na gut safe 13 Aufrufe am 3 warten sie mal kurz, ich muss mal was trinken sorry für die kurze Unterbrechung ich muss noch was trinken, weil mein Hals wird so schnell trocken bei dieser Jahreszeit kann ich wundern ok haben wir schon, naja ok Nina Subi Strickstrich X Power Rhythmics 2 Minuten 23 13 Aufrufe am 13.04. dieses Jahres hochgeladen, das müssen wir auch laufen euer Ding nennen, ja viel Spass äh, schauen wir mal nicht da erkannt, gut das ist gut wunderbar, was wollen wir hier nur so muss laufen, ey aber bitte ging es selber ich hasse diesen Scheiß-Zoo, ey der Gangstar MNC ist nach Mandale in der Ruhe seit der Tage lang, wenn man rutscht auf dem Cover von der Thun Fick dein Raps, das ist auf Basis oder am Ratenbau aufs Eikaschen, das gehen und meine Läge auf die Bautenraum MNC, wenn die Läge kommt, ist durch den Schatten MNC, wenn die anderen und haben nichts gebracht MNC ist vorbei von meinem Dick und geht das Leben zu und der Blatt ist das einste, die wir stehen wiekommt ich nur denn, dass ich seit der Freizeit würde ich bleib verschopft erwarten, wie wir reinste von wo wäre eure Lust dicken keins, was mir zu tun sondern leider meist verhöhnt sich beseitend, wo ich flüge es wird weiter vom Turum mit Alar und Verschau das ist wie Tandira weil ich glaub von auf und verhöhnt und bloß es halt in der Fall die Verschränze und in den Firm doch ich glaub was die Türke als wäre das für die Schöne ein paar und ich glaub was die Türke als würde ich schon die VWFM Was an BIP-Vibrane vor und zeig mal 40 Watt im Kanal Das hört sich jetzt gut an, das kann man auf den Augen und auf der Kamera sehen und die Audioaufnahme ist geil. Mikrofon wäre noch besser, aber könnten wir doch wohl dieses Jahr sein. Geiles Bild, das war glaube ich das letzte Bild von meiner Kanalreihe. Da hieß es ja noch anders und da war das Bild so, das ist glaube ich das letzte Bild. Jetzt habe ich ja ein aktuelles geiles Bild. Naja, das ist ja das letzte Bild. Jetzt habe ich ein anderes Bild, andere Namen, Aufrufe, Abonnenten gehen ja auch hoch. Hat sich ja geändert, weil der Mist immer noch da ist. CK, aber naja. Okay, ein paar Lieder machen wir noch und dann ist erstmal Schluss, weil ich habe heute noch was anderes zu tun. Okay, die letzten paar Lieder noch, was könnten wir noch verwenden? Hoch, ja. 2 Minuten 42 und zwar Nina Subi-Verstehen, das werden wir auch laufen lassen. Neuer Dingensen, ja für Spaß. Wunderbar, gut. 32 Aufrufe am 13.4. dieses Jahres hochgeladen, Neuer Dingensen, ja für Spaß. Oh, Musik im Video. Ja, geht noch. Ist ja schon bearbeitet und geschnitten worden. Wir machen das ein bisschen leiser. Stehen. Läuft mal wieder. Boden, Tisch, alles verbriert und auch meine Füße ist mal wieder nachbarfreundlich, geht mal wieder unter die Decke laufen. ich will es nicht sehen, ich will es nur kurz sehen werden. 20ótik ist ja auch nicht, der Gäste, so vieles abläuft. 5-10-Tiger Malte, 두들, krank? 3.5-20-E-2,5-10-E-4,5-11-E-2,5-10. Hohe, da ist ja noch etwas, was du hier in nübend aufsch?", 復gnd aufs. 1,2-3,5-12,5-10-E-1,e-2,5-10-E-2,5-10-E-2,5-10-E-2,4,5-10-E-2,5-11,8-2,5-10-E-2,5-10-E-2,0-E-2,5-20-E-2. Nice, Alter! So good! Räume in N-Busse! Ja, läuft! Läuft! Keine Frage, läuft! Gut! Geht ohne die Haut, ne? Da kann man sich gar nicht beschweren, ne? So, das passt für heute. Ich sage schonmal, ich sage Ciao, ich sage Ciao, nein, wie oft willst du es noch wiederholen? Okay, Ciao! Ich bedanke mich für das Zuschauen, euer AdBus870, ein Martin Zahnstück. Wenn euch das Video gefallen hat, liked und abonniert meinen Kanal in der Videobeschreibung, Playlisten, Spotify, Deezer, Join, alles. Finden es nämlich überall. Ciao, 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 like und abonnieren. Gut! Servus, meine Freunde, meine Freunde, hier haben wir jetzt noch ein Video über AdBus870. Heute gibt es noch ein Zahnstück, Spezial 4.3. Ich wünsche dir viel Spaß. Bitte sind wir den Link finden es in der Videobeschreibung drin und ja, dann würden wir jetzt wieder viel Spaß haben. Wir den ersten Lied, 2 Minuten 41, Nina Subi-Strich verstehen, 32 Aufrufe am 13.04. dieses Jahres hochgeladen, euer Dingensen. Ja, viel Spaß beim Anschauen, gut. Ohne Platzierungen, ohne Plätze. Solange sich der Bassanbieter und der Vibran 40 Watt vor und zurück schwingt, kann man das auf dem Auge und auf der Kamera sehen. Hört sich das auch gut an und der, keine Ahnung hat, soll er einfach den Mund halten. Gut. Ne? Geht schon wieder und wieder nicht, ne? Geht mal wieder alles ab, hier Boden, Füße, Tisch, alles. Und das ist immer wieder sehr nachbarsfreundlich, das Ganze da auf jeden Fall. Hier sieht man, dass das GPL-Zeichen eingekraviert ist. So muss die heutige Technik laufen, da auf jeden Fall. Mit 2 Minuten und Tieftöner hört sich das ganz gut an, da auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Tom B�ic! ... crushed KP. Ja, dann kommen wir jetzt zum nächsten Lied und zwar Ja, 2 Minuten 25, Nina Subi-Star, das werden wir auch laufen lassen, euer Dingsen, ja viel Spaß, wunderbar Wieder mal hier im 4.3 skaliert worden, ja aber gut Nina Subi-Star, neun Aufrufe am 13.04. dieses Jahres hochgeladen, schauen wir mal, ob das Musik-Video wurde schon erkannt Passt doch eigentlich, ne? Wenn wir auch laufen lassen, euer Dingsen, ja viel Spaß, dann geht's Und Hunger habe ich auch schon wieder, muss aber aushalten, ne? Ja, dann geht's gut Also nachbarfreundlich ist das Ganze ja schon, ne? Geht ja hier wieder auf den Boden, ne? Tisch vibriert, Boden, alles, ne? Solange der Vibra mit Wasser und Wind 40 Watt ein bisschen das Wort zurück schwingt, dass man das aus dem Augenmann auf der Kamera sehen kann Auf jeden Fall, ne? Und scharf! Ah, jetzt kriegt der Fokus auch aber zu Problemen, ne? Stöhne 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 Schöne Ist die Stöhne Stand Stöhne Ja Haul Stöhne seien haben wir ungefähr 360 grad raum stereo klang oder ein gbp 3 war das mit licht mit 20 watt kam glaube ich bei mediamarkt oder saturn 117 euro mit 20 wappen und eine ps4 pro wird dieses jahr kommen ein unboxing wird auch noch kommen von der ps4 pro das habe ich euch versprochen kommt noch der fernseher war ja auch erfolgreich na okay drei minuten 47 und zwar libyen Polk in Neidgang 2020 das ist nicht das originale aber das geremaked das originale finden sie auch in der Videobeschreibung oder in meiner Playlist drin das lasse ich euch drinnen okay immer auch laufen lassen euer Ding ist ein Jahr für Spaß wunderbar gut wenn wir uns 20 aufrufen und 20 sind drin dieses Jahres hochgeladen euer Ding ist ein Jahr für Spaß gut nix ja beweg dich mal beiden der ist ein bisschen weiser was sonst hört sich das überschreit mit der Audi auf so eine ansteckende ich hoffe das wir auch noch sehen jeder war es wieder mal in diesen Ligao wieder abgeht Hör vor uns und bei schön sich mal den Kanal ein bisschen, das hörst du ein bisschen dran. Kann man auf dem Auge und auf der Kamera sehen, weil ich hab ja eigentlich 2K Dissen weg, ne? Mein Passant-Zettel, ne? Ja, ich krieg's sogar der Fokus nicht mehr, ne? Ah, jetzt kommt der Hauptpedaler, ne? Oha! Barsami, Vibrade bei 14 Watt, Mittel- und Tieftöner, hört sich das im Kanal? Wir sind in den U-Lan und der Kopf auf dem Auge und auf der Kamera sehen darf ich. Kann der? Mit 2 Mittel- und Tieftönern bei der Boxen. Ah, jetzt kommt der Hauptpedaler, ne? Nein! Das war jetzt nicht das Original, aber das Remake, ne? Hab ich komplett aufgenommen, behabelt, aber es hochgeladen wird. Die Hauptpedaler ist ja einfach für eine Fall, ne? Das letzte Mal war sie leer. Wenn wir es leer ist, dann bin ich für nämlich so ein rotes Stammungsnetz. Da fällt alles, Tisch, Boden, Flüsse, alles, ne? Ist mal wieder nachbauen, ne? Aber jo! Naja, wie es halt gefällt, ne? Jo! Ne? Ja, da sieht man wieder, das Zeichen ist so schlecht, oder? Ja, jetzt sieht man das wieder gut. Ja, da gibt der Fokus ab und zu Probleme, wenn der Bassanbiet so übertrieben ist. Aber das hat sich ja nicht übertrieben angehört, ne? Es war schon ganz okay. Ja. Drei Minuten vierundvierzig und zwar Jason Boyce, schlecht feier, das haben wir auch laufen lassen. Euer Dingens, ja, viel Spaß. Ah, safe. Ich hab' 20 Aufrufe am 25.03. dieses Jahres hochgeladen, oder der Dingens, ja, viel Spaß. Aber nicht erkannt worden, ne? Das ist ja gut, das kann noch kommen, aber hoffen wir es mal nicht, ne? Wie regt das Seeland so auch mit Urheberrechtsanletzung? Ja, gut, die YouTube hätte mir damals vor zwei, drei Jahren noch ein bisschen mehr Spaß gemacht. Da konntest du ein oder zwei oder drei Lieder laufen lassen, heutzutage bumm, Urheberrechtsanletzung gesperrt. Ja, es ist schon mittlerweile echt schwierig geworden, so ein Bassancheck, Soundcheck und Basstest überhaupt aufzunehmen, ne? Du kannst nur noch glutenfrei Musik nehmen, oder wo du eine Lizenzberechtigung gekauft hast, verwenden. Und ja, das nervt ein bisschen, ne? Ja, viel Spaß, gell. Wow, helfen wir nur noch aufrufen, ne? Das hat sich ganz gut an, ne? Toll, ne? Ja, gut. 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 das ist schon wieder die halte um hier schief geworden hier es hält mir nicht jetzt ist es wieder unschaffen wunderbar warten sie mal kurz jetzt ich schaue für die kurzen nachbrechung die kalenderung hat sich ein bisschen gewünscht wahrscheinlich hat sich die kalenderung ein bisschen verzogen und dann kann man es auch mit der Kamera aufbauen deswegen muss es ein bisschen nach rechts unterwegs wenn das jetzt glaube ich 80 bis 95 Dezibel vielleicht doch mehr haben wir aber ich habe ja noch ein Dezibel jetzt 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 Freundin weiß ja Bescheid, dass ihr jetzt was so ein Beat Bum Bum macht, aber... Uuuuuhh... Naja... Hmm... Ich weiß ja nicht, was wir schon hatten jetzt, ne? Ja... Ich glaube, bis da hatten wir schon, ne? Ja... Okay, 2 Minuten 54, und zwar Nina Assoubi-Egal, das ist immer auch... Verwenden und laufen lassen, euer Ding, ja, viel Spaß! Ah, safe! Oh, Musik in diesem Video, oh, war der auch schon erkannt, das nervte ich! Geht, geht, solange nix draufsteht, geht es ja eigentlich noch! 28 Aufrufe am 13.04. dieses Jahr was hochgeladen, das haben wir auch laufen lassen, euer Ding, ja, viel Spaß! Ja, das ist immer das, was ich meine, man muss aufpassen, ne? Heutzutage wegen Wunderrechtserletzungen sowieso! Also, wir haben viel zu hoch und hoch, wir spielen auch keine PRM, nein! Schwung zu bleiben bis zum Ende, und nur nehm mir auf die Grenze! Heutzutage wegen Wunderrechtserletzungen! Wir haben auch mal auf den Augen und auf der Kamera sehen, da! Wir haben ihn dran und ordentlich vorgezogen, ich weiß nicht, wenn man das in den Namen kriegt, ich kann das nicht! Er hat ja auch zwar gewöhnt, er hat ja sowas mehr auch, aber... ...nein, nein, 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 nein... Er macht seine Arbeit nicht gut, ne? Wenn du Angst, dich zu verlieren ... ...ist ja, jetzt ist es ein Jahr lang, ne? Oh, Weihnachten! Weihnachten, Weihnachten, scheiç! ... Alles kann man schön mannen, wenn du kennst. Ich weiß nicht, was du so ancettst. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 ja nachbarm machen selber brauchen wir schon sich immer noch ein bisschen wasser wieder übertreppen ja soll es mal aber nicht übertreiben 4 Minuten 13 und so schätzen wo ich hätte es immer auch gelaufen lassen oder den ja viel Spaß fast jeder Song den ich bearbeitet habe wurde erkannt ist mir wurscht wenn ich nichts anderes draufsteht ist er gut ich kenne mich ja aus und soll ich in YouTube er will sich bei irgendetwas er will sich noch ein bisschen jungen der ist mir Das hört sich immer geil an, Gänzer an. Wasser wie Vibrane 40 Watt kann. Der nächste ist ein Mist, ey. Netze. Hei Sebastian, Bibi Bibrane 40 Watt. Vor und zurück im Kanal. Ein bisschen kann man das auf dem Hauch und auf der Kamera senden. Die Dynamo ist richtig geil an. Von der Welle drückt das immer die Haltung immer so komisch nach links oder nach rechts. Do you stay there? Dann drei cookies hands. Dalsich talent. Wo war das Literally wash und auf der Kamera senden. Na ja, so muss es laufen auf jeden Fall, Niklas. Ich sage schon mal vorsichtig, ciao, euer Airbus 78, ein Soundcheck speziell für Modell. Wenn euch das Video gefallen hat, liked und abonniert meinen Kanal oder schaut euch meine Videos an. Gut, wir schauen, die Minuten. Ja, ein paar Liedchen können wir noch machen und dann machen wir Schluss heute. Die Zeit sieht mal wieder ziemlich gut aus, ne? Okay. Also das hatten wir am Anfang, stimmt, ja. Ich komme ja voll durcheinander ja, ne? Und eigentlich alles. Okay. Drei Minuten 17 und zwar Beats, 6FB, Redmix, 2020. Das wollen wir auch verwenden und laufen lassen. Eure Dingsen, ja viel Spaß mit der Anschauung. Wunderbar, gut. Malen. 13 Aufrufe am 17.04. dieses Jahr ist hochgeladen. Eure Dingsen, ja viel Spaß. Malen. Eure Dingsen, ja viel Spaß mit der Zeit. Französisch! Was soll ein Bild wie wir Präden fahren? Egal! 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 Wird super! Schon mit einer Unschaft! Der Vogels hat irgendwie sein Problem! Wasser mit Vibrane vor und zurück bei 40 Watt im Kanal. Ein bisschen das Herzliche ist gut an und das kann man auf dem Auge und auf der Kamera sehen wie die Dynamikord nicht vor und zurück geht. Bei zwei Mittel- und Tieftönern. Es ist okay da mit dem Kanal. Es ist ja sicher, dass auch die Namen nicht zu viel gehen. Das war aber schon zu viel. Naja, wen es halt gefällt, na auf jeden Fall nicht. Okay. Letzte Lied für heute. Drei Minuten und acht und zwei Lied. Oh nein! Das will man auch verwenden und laufen lassen. Neue Dinge. Ja, viel Spaß. So. Wunderbar läuft alles. Elf Aufrufe am 17.4. dieses Jahres hochgeladen. Ohja. Du musst nicht mehr viel Spaß verlieren. Er Franziska. Röke. Du hast ja noch Flughafen. Das ist ja auch Flughafen. Heißt du? Ich warte den Kanal ein bisschen, es hört sich nicht gut an, das kann man auf dem Auge und auf der Kamera sehen, bis die Dynamik richtig gut ist, ne? So! Naja, so was laufen, denn 4 zu 3 läuft! Oh mein Gott! Ciao, ciao, ciao! Like und Abonnieren kann man, gut! Kussleck, voller D, 7 oder 8 nachgedötet, Woll, Teil 5, Nett. Kussleck, voller D, 8, 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 Nett. Das war's für heute. Don't stop Jason. They deserve to die. Make them suffer like me. They deserve to die. Das ist mein Jason. Das ist mein speziell, speziell Freund. Was ist das? Was ist das? Ja. Ja. Beautiful, Mother. Oh, fuck. What is that? Oh, God, I can't walk. No! Get up, Jason. Find them. Kill them. Don't stop, Jason. They deserve to die. Make them suffer like we did. They deserve to die. I'm gonna die. What are you doing this way? No! What are you doing this way? Ah! 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 Untertitelung. BR 2018 Yes, beautiful mother. 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 They want her to hurt you, Jason. Don't let them... 5 von 8. 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 They're out there, Jason. 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 생 They're out there, Jason. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. That's my boy. Hunt them down and make them pay. They want to take you from me, Jason. Don't let them... That's my boy. Hunt them down and make them pay. They want to hurt you, Jason. Don't let them... They want to take you from me, Jason. Don't let them... They want to take you from me, Jason. That's my boy. Hunt them down, make them pay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. 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 Don't stop, Jason. They deserve to die. Make them suffer like we did. Das war's für heute. 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 Come to mommy, Jason. Come to mommy. Come to mommy. Come to mommy. so hallo meine franz bekommen wir jetzt noch ein video das 8 und 7 heute geht es mein wasser und schick und wasser und schick spezial 5.3 ich wünsche viel spaß bei diesem video den link findet ihr im video beschrieben drin und ja dann mögen wir jetzt beginnen viel spaß und zwar gleich das erste lieben mit drei minuten 53 wo die modra der bütten music videos und so viele aufrufe am hirn sein ist den 12 14 hochgeladen ist auch laufen lassen ich schaue ob das noch erlaubt ist weil gemma ist ja immer sehr freundlich drum ja geht geht und so lange sich das mit dem extrem 20 nicht übersteuert dann hört es gut geht mal wieder passen mäßig unter die decke ne hier verbindet alles tisch boden füße alles aber wahrscheinlich nur ein mittelmäßiger passen ja leichter passen nur jetzt tun wir das mal kurz das hier an also passen wie vibranen vor und zurück bei 40 watt mit zwei mittel und tief tönern hört sich das gut an aber nur ein leichter passen da kann man auf dem maus und auf der kamera sehen auf dem kalb das ist ja auch mal wieder sauber machen die dvd gibt es komischerweise noch nicht ne aber gotzilla gamera film auf jeden fall naja wenn es halt gefällt ne so dann kommen wir jetzt zum nächsten lied und zwar vier minuten färzehn jason morris district to three day to fredin district hell das haben wir auch laufen lassen verwenden euer dingensen ja viel spaß man anschauen gut wunderbar gut das ja werbung das darf ja nicht fehlen überspringen müsste eigentlich gehen ne ja so ein zuvielaufruf am 27.04.16 hochgeladen dass man auch mal schauen ob das noch geht ja geht auch noch gut ja da muss man heutzutage wegen gema und uhrrechtsverletzung aufpassen was man da macht ne mach ich ein bisschen zurück weil das hört sich wahrscheinlich sehr laut anhören sonst kriegt meine freundin hier ein schrei kraft und dann ist wieder ja ja hört sich schon ganz gut an ne entweder heavy metal oder rock ah da ist wenigstens ein bass zu sehen ne der schwingt auch wie von so ne tun dann mal kurz zu sehen an ich glaube dieses lied habe ich sogar glaube ich geremaked ne das hört sich gar nicht mal mit fastem beat ähm so schlecht an ne Kamera auf dem Auge und auf der Kamera sehen gut mit melodien ist ja auch nicht verboten ne mit melodien ist ja auch nicht verboten ne mit melodien ist ja auch nicht verboten ne gut ich habe ja jetzt seit weil ich urlaub habe ne in der arbeit hätte das gar nicht gehen ne die ausschnitte gehen ja das sind hier sein mittel zum ja ja das ist immer hier vorne nicht aber das sind hier das ein mittel zum Schöner und solch nicht schöner. Naja, wen es halt gefällt, ne? Ja, vielleicht hole ich mir dieses Jahr noch einen zweiten Extreme 2, aber in einer anderen Farbe, weil ich gelesen habe, dass in der GBL-Familie, es gibt ja einen Flip 4, 5, Chance 3, 4, Extreme 1, 2, 3. Extreme 3 gibt es auch schon, Partybox, Boombox. Und von der Extreme 2 gibt es die auch in verschiedenen Farben. Dann kann ich die zweite vielleicht entweder in Rot oder in Grün hin. Vielleicht hole ich mir noch sogar die PULS 3 und die Dingens noch dazu, ne? Das wäre dann dieses Jahr Weihnachten safe, ne? Die PS4 Pro, die kriege ich sowieso in Unboxing für ein Video, wird auch noch kommen. Hinten sie entweder hier oben links oder in der Videobeschreibung drin, ne? Gut. Ich labere mal wieder zu viel. 2 Minuten 53 und zwar Tribute to Megagodzillas Eier Machine. Können wir auch laufen lassen, neue Dingeänd Έ Minh Department. Ja, interessiert mich nicht. Man maße diese Eier Machine. Werbung natürlich nicht unterstützen. Warum auch? So und zu viele Aufrufe am 0.01.2015 hochgeladen. Neue Dinge, äh, SOS 새. Ja, completamente drin, da Okey. Ich kann ja vieles sagen, ne? Ja, geht. Solange nichts anderes draufsteht, geht's immer. Self. Richtig self, Alter. Ich kann ja mal kurz das nicht an. Ich frag mich mal, wie die das aufgenommen haben. Das hört sich auch an, wie ihr runtergenudelt, ne? Ein mittelmäßiger, leichter Batzen, ne? Geht nicht so extrem vor, ne? Das stört mich ein bisschen. Aber gut. Kamera auf dem Auge und auf der Kamera sehen, gut. Da haben wir nichts dran ändern, ne? Ist halt so. Ich will ja dieses Video nicht so lange laufen lassen, ne? Also, so lange machen, machen, ne? Und so lange machen wirksam. 93, 75, 74 und äh, 2002 und 3, ne? Zeitlupenaufnahme. Naja, Winzelt gefällt, ne? Finden Sie alles in meiner Videobeschreibung drinne oder in der Playlist drinne. Habe ich nämlich alles einsortiert. 3 Minuten 49 und zwar Tribute Adjason Warriors Insta Fire. Das wollen wir auch verwenden lassen, ne? Gut. Ja, ja. Das ist mir nicht. Ja, so und so viel Aufrufe am 1.12.12 hochgeladen. Ja, ist schon wieder schön, wenn man das hier liest, ne? Ja, geht, geht auch. Es gibt was Schlimmeres, ne? Ja, das finde ich mittlerweile auch zum Nerven, ne? Weil jedes Video schon kennzeichnen muss, dass es überhaupt, ja, neben den Dingen sehr funktioniert, ne? Hättet sich gut an. Ordentlich aber was für ein Beat, Alter, ne? Ah, sowas laufen dich andersherum, ne? Rönt er mich. Nachbar könnte ich ruhig gestern, das wäre wurscht, Alter. Also diese Band kriegt man richtig wieder im Viertel. Ja. Kann man auf den Augen und nach der Kamera sehen, wunderbar, läuft alles gut, gut, gut. Hör, hör, hör. Gut, gut, gut. Gut. Die kriegen wenigstens, ja. Oh, Kickl Your Down, boah. Naja. Wen sollt gefällt denn auf jeden Fall, ne? Gut. Ich muss sagen, dass, äh, gerade, das Lied, was wir gerade gelaufen lassen haben, ne? Das Lied wenigstens einen ordentlichen, fetten Bastard-Beat hinbekommt, ne? Das hört sich da nicht übersteuert an, die Dynamik ist da. So muss es laufen, auf jeden Fall, ne? Gut, das ist ja. Okay. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Lied. Das muss ja nicht so lange werden, das Video. Hm, das ist ja das, ne? Ah. Nehmen wir das, ja. Drei Minuten an und 50 GMK-Musik-Video an... Hä? An, an, an... Pfff. Ja. Ja, ne? Gut. Drei Minuten an und 50 GMK-Musik-Video an... Warten Sie mal kurz, ich muss mal husten, dann geht's jetzt gleich... Sorry, dass ich kurz unterbrechen musste, ich musste was trinken, ne? Ich... Ja, es ist halt immer so, wenn es immer scharf werden würde. Man muss ja immer voll nah rangehen, um das richtig lesen zu können, ne? Ich als Brillenträger, ne? Drei Minuten an und 50 und zwar GMK-Musik-Video an... Ami, I have the core, das will man auch laufen lassen, euer Dingsen. Ja, viel Spaß, gut. Wunderbar, läuft alles. Ah, gibt's eine neue Maus, der wunderbar läuft alles. Ja, und so und so viele Aufrufe am 26.12.14 hochgeladen. Schauen wir mal, ob das auch geht. Ah, aber der zeigt nichts an, ja. Hm, geht, geht. Ja. Hm. Hm. Ja, mir ist schon wieder warm, ne? Hört sich mal wieder wuchtig an, ist mal wieder sehr nachbarfreundlich, das Ganze. Geht mal wieder passmäßig unter die Decke, ne? Gut, du, du. Jetzt tun wir mal kurz zu sich ran. Weil Sebastian mit Vibrani bei 40 Watt im Kanal wisst, das hört sich deshalb auf den Hauch und auf den... Also diese Musik hängt das auch hin, den Bassanbeterring mit der Dynamik und so ein bisschen anzusteuern, dass es ja gut vor und zurück schwingt, ne? Also, Sebastian Beter bei... Also, Sebastian Beter bei... Also, Sebastian Beter bei... Hast... Ich muss sagen, dass der Bassanbeter bei 40 Watt im Kanal ein bisschen sich gut anhört. Das kann man auf dem Auge und auf der Kamera sehen und so muss es laufen, auf jeden Fall, ne? Ja, gut. Okay, zum nächsten Lied und zwar... Lüt... Muss ja noch einen Überblick haben, ne? Ah, das ist ja... Gut. Drei Minuten 25 und zwar Chasen, Wispen in der Dark, das würden wir auch laufen lassen, ne? Ja, viel Spaß, gut. Wunderbar, gut. Wer interessiert die Werbung? Wer interessiert die Werbung? Keine Sau. Und ich muss noch Geld zahlen, ne? Seh nicht ein. Überspringen wir das. Und natürlich von United Cinema, ne? Darf ja nicht filmen, ne? So und so viel Aufrufe am 28.07.10 hochgeladen, das würden wir auch laufen lassen. Ja, geht auch noch. Man muss ja heutzutage auf alles Acht geben. Was man hochlädt, was man aufnimmt, ja. Okay. Ja, hört sich doch gut an, ne? Okay. So und sieh mal hin. Jetzt hören wir mal kurz zu sich an. In the wrestling in the dark. In the wrestling in the dark. We'll never be enough. We'll die this country now. We'll die this country now. We'll die in the dark. We'll die spurs in the dark. Also in diesem Lied mal wieder ein leichter, mittlerer Bass. Also der Bass am Beat und hört sich gerade im Kanal ein bisschen. Es hört sich gut an, kann man auf dem Auge und auf den Kamer. Ja. 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 Ich kann schon wieder mal nicht reden, ne? Das ist toll. Aber gut, dieses Lied hat so einen leichten, mittleren Bass. Und da ist der Bass am Beat bei sich dran. Ich höre sich gerade im Kanal ein Business. Hört sich okay an, aber der Bass-Dynamic ist da nicht dabei. Aber kann man auf dem Auge noch, da kann man das sehen. Ja. 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 Ja, dann. Ein paar Lieder machen wir noch und dann ist so heute erstmal Schluss, weil ich hab ja noch was anderes zu tun dafür. Ja. Ja, gut. Genau. Nehmen wir das ja. Fünf Minuten drei und zwar Kong High of the King. Das wir mal auch laufen lassen. Neue Ding. Ja, viel Spaß. Wunderbar läuft alles. Schweighöfer. Hau ab. Jalla. Ja. Du musst ja das Möbel nicht ausprobieren, weil ich das eh nicht kaufen würde. Ne. Schauen wir mal. Ja, geht noch. Geht noch. So und so viele Aufrufe haben wir am 8.7.17 hochgeladen. Das wir mal auch laufen lassen. Neue Ding. Ja, viel Spaß. So. Ah. Da kann man das ja mal so lassen, wie es ist. Ne. Da hört sich das überhaupt nicht übersteuert oder verzerrt an. Ne. Auf der Audi Aufnahme sowieso nicht. Und solange der Buster mit bei 40 Watt innen kann. Ja, da geht's ab, ey. Zumal mal kurz für sie ran, ne. Gott do you air. Also zwei Mittel-Tieftöner bei. Ja. Für die Dasein. Ja. Ja. Und so. Ja. Ja. Janne. Ja. 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 Und so, das ist ein wenig, bock. Ja. 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 Wenn sie sich nicht übersteuert haben, die kriegen mindestens hin einen mittleren harten Bass mit der Dynamik hinzubekommen. Da schaumen wir nach oben. King! Das Lied hatten wir jetzt auch in den letzten Bass-Hand-Checks öfter. Aber das kann man eigentlich lassen. Der ist ab 12. Kann man sogar ranzoomen. Ja gut, von King Kong gibt es glaube ich 9 DVDs und von Godzilla glaube ich mehr. Da haben wir ja sowieso, ne? Ich schwöre jetzt mal ein wenig vorne, ne? Hiding Wrestling, Alter. Rumpf. Naja. Das wollte ich jetzt nicht. Ja. Ciao, 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 ciao. Like und Abbonieren. Gut. Hallo und hallo meine Frenz. Wir kommen aber jetzt noch ein Video. Bust 78. Heute geht es nochmal Bust-Test Version 3.5. Ich wünsche mir viel Spaß bei diesem Video. Den Link finden Sie in der Video-Beschreibung drin. Und ja, da mögen wir jetzt beginnen. Viel Spaß. So. Habe ich schon alles vorbereitet. Wir gehen mal gleich mit dem ersten Lied mit 3 Minuten 15. und zwar Veed-6FB 62 Aufrufe am 4.3. letztes Jahr so gelang. Das haben wir laufen lassen. Oder ihr Ding ist mir ja viel Spaß. So, schau mal ob das... Ja. Hm. Gut. Passt. Ich hoffe mal nicht, dass ich das über die Audioaufnahme des Handys sich überstarten kann. Ne? Das darf nicht sein, ne? Viel Spaß. Das hört sich doch gut an, ne? Ja, das hört sich doch gut an, ne? Wenn wir das ganze ein bisschen rekonstruiert mit Bass & Beat und Dynamic und so, dann haut's hin. Dann schwingt der Vibrane nicht leicht vor und zurück, sondern extrem, ne? Bass & Beat Vibrane bei 40 Watt im Kanal im Bismus hört sich das gut an, ne? Das kann man auf dem Auge und auf der Kamera sehen, auf jeden Fall nehmt. Ja, der Zoom hat Schwierigkeiten, ne. Aber gut. Und mit dem alten Kanalbild, ne. King Ghidorah 96, in 14.3 skaliert, ne. Hab ich gedacht, da sieht geil aus, ne. Ist eben nicht der Fall, ne. Es ist jetzt das Original, das Geremaked finden Sie auch in der Videobeschreibung oder in der Playlist drin, ne. Könnt ihr euch anschauen, ne. Das verlinke ich euch, ne. Naja, wen es halt gefällt denn auf jeden Fall nehmt. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Lied und zwar... 2 Minuten 26 und zwar Gidorah Timeshow, das werden wir auch verwenden und laufen lassen. Viel Spaß. Ah. 31 Aufruf am 30.12.18 hochgeladen, also vor zwei Jahren, ne. Nix. Ja. Kommentare 0, das will ich auch hoffen, Leute. Wenn ihr was schreibt in die Kommentare, ist es auch nicht so schlimm. Hauptsache es ist ja nicht Beleidigung. Man kann ja nämlich ordentlich und normal mit einem reden, ne. Das muss ja nicht gleich die Beleidigung oder irgendwas sein, ne. Ich glaube schon mal eine Freundin an die Tür, weil es wahrscheinlich zu laut ist, aber mir wurscht. Wir haben ja jetzt bestimmte Aufnahmen, aber ist immer wurscht, oder ne. Sollen sie doch die Nachbarn beschweren, die machen doch selbst noch ein Party hier, ne. Und da ist das GBL-Zeichen eingraviert, ne. Das sieht man auf dem Bildschirm, ne. Das war so ein Bild bei 40 Watt mit zwei Mitteln und tief drin. Da hört sich das auf dem Auge und auf der Kamera echt gut an, ne. Das kann man auf dem Auge und auf der Kamera sehen, ne. Auf jeden Fall ne. Selb. Naja, wenn ihr seid gefällt mir. So. Mhm. Gut. 3 Minuten 53 und zwar Anime Darkface Rock. Das sollen wir verwenden. Das, das Original ist ge-remaked. Das finde ich ja auch in der, äh, Videobeschreibung drin. Oder Dingenchen. Ja, viel Spaß. Wunderbar. Läuft alles. Mal wieder in 1916 skaliert, weil ich gedacht, da auf dem Handy sieht's toll aus, ne. Ja, eben nicht so, ne. Ja, eben nicht so, ne. 68 Aufruf am 8.02. Letztes Jahr so geladen. Ja, auch noch nicht erkannt, das ist gut. Ja. Kann ich auch nicht daran ändern, wenn die Musik von Bass und Beat mit der Dynamik so gut angehört, dann müssen's halt wieder alle akzeptieren, ne. Mal wieder. Mal wieder. Mal wieder. Mal wieder. Bis dahin. Mal wieder. Hier geht mal wieder Bass heilig unter die Decke, ne. Was geht ab, ey? das ist ja alles vibriert wegen dem Bass, das ist ja normal, da kann ich auch nichts dran ändern das müssen halt die Leute mal eben so innehmen oder mal sagen lassen oder so mich kommt ja eh keiner an Hauptsache das ist gemeckert Ach, neue Lieder und sonst werden auch in der Welt, das ist ja nichts wahrscheinlich, das müssen wir jetzt mal wieder erweitern, aber wenn da kann die neuen Lieder und sonst eingeführt werden, wird das nix und es wird wahrscheinlich in der nächsten Zeit, wenn ich diese oder nächste Woche mache, ich habe ja noch Urlaub, bevor ich jetzt dann wieder arbeiten gehen muss, wegen mein Geld und so, werde ich wahrscheinlich noch neue Lieder und Songs aufnehmen, dass die Playlist Lieder und Songs mehr wird und das ist ja was Neues drin, weil ich hatte entweder keine Zeit, zweitens musste ich aber arbeiten und drittens hab man mal ab und zu stress und das muss ja auch nicht sein, auf jeden Fall nicht Ja, dann kommen wir jetzt zum nächsten Lied und zwar, wir wollen es ja nicht so lange machen und das Ja gut, das ist ja heute ein Bass-Test für so einen 3.5, ne, wir kommen ja schon der 4.0 gerade immer näher vom Bass-Test, ne, wir machen die Serie jetzt auch schon ein Jahr oder zwei, ein Jahr glaube ich, ja Ja, die Serie kommt auch ganz gut dran, ne, und das muss halt eben laufen, ne Ja, ja, weiß man ja warum 3 Minuten 11 und zwar Live-Show von Nürnberger Volksfest April 2019, das sind wir auch laufen lassen, ja leider dies ist ja kein Volksfest wegen Corona und bleibt zu Hause Teil-Lockdown, ich kann das Ramsan nicht mehr hören, das ist schade, aber gut 4 zu 3, ne, 32 Aufrufe am 3.5.19 hochgeladen, letztes Jahr, ne, nicht erkannt worden, ne, passt schon Ein bisschen meine hier Freundin provozieren, weil die mir ein bisschen nervt, ne Geht's Hängt schon mal wieder gut an, ne Also Bass und Bibi Brand, 40 Watt Kanal vor und zurück, hört sich das ganz gut an, ne Hau mal auf dem Auge und auf der Kamera sehen, na, für die Falle sehr gut Ihr favoriert alles, Tisch, Konsole, Boden, Füße, alles, ne Und der Boss geht immer wieder toll Und blablabla Hätt's schon mal eh Red, Red, Corn, Light, Stone, Light, Stone, Light, Stone, Light Wow, Wies Er bin Kie Flickern mit dem Boden Wies Boah, der tiefe Boss, ey Das hast du nur bei dem Extreme 1 oder 2, ne Höhe Bibi Also Bass und Bibi, weil Vibran, 40 Watt, zwei Mittel- und Tiefe Töner in den Kanal, ein Business, hört sich das ganz gut an, das kann man auf dem Auge und auf der Kamera sehen, na, für den Fall ne Mit der Vibran, mit der Dynamik vor und zurück geht, na, für den Fall ne Ja, wen's halt gefällt, na, für den Fall ne Ja, dann kommen wir zum nächsten Lied 3 Minuten 44, und zwar Jason Boyce Strichfeier, das sind wir auch laufen lassen, aber in dem ganzen Jahr für Spaß Ne 21 Aufrufe am 25.03.20 hochgeladen, also die ist es auch, ne Nix 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 X Nix Er kommt schon Schling nach vorne Jetzt Nix 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 Sen Nix 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 忆 Nix Ich sollte bei diesem Video keine Planzierungen oder Plätze geben, weil ich finde es einfach Spaß, den Haftweig wird es zu 1,2 bis zu 1,3, das komme ich überhaupt nicht voran. Das ist auch mündig, ne? Wasser im Wien bei dem 43 Watt, Kanal vor uns zurück, schwenkt echt runter. Das kann man auf dem Auge und auf der Kamera sehen, aber finde ich gefällt ja gut. Läuft da eigentlich gar nichts. Jetzt könnte es nur ein Hardtopper. Wer sich beschwert, dass diese Musik nur unterscheuert, dann wird das halt. Muss ich mal selbst mal anschauen, weil man kann heutzutage alles, aber man kann Musik anders aufnehmen, die Musik konstruieren mit Wasser und mit der Dynamik, das habe ich jetzt auch gemacht. Und das hat ja auch ganz gut funktioniert. Und 40 Watt, was dann wie beim Kanal ist. Ja, voll. Na ja, wem es halt gefällt, ne? Na ja, wem es halt gefällt, ne? Wir sind ja bei den Chassis, ne? Design ist sowieso gut, da kann man sich bei GBL nicht beschweren. Und wer sich beschwert hat, hat er überhaupt keine Ahnung, ne? Und solange der Wasser im Wied bei 40 Watt im Kanal im Business sich gut anhört, und das man auf dem Auge und auf der Kamera sehen kann, dann haut es auf jeden Fall hin, ne? Auf jeden Fall, ne? Sehr. Hm. Nächstes Lied. Und zwar, ne, was ist jetzt? 2 Minuten 54 und zwar Nina's Hubelstrich, egal, das sind wir auch für hinten laufen lassen, weil ja den ganzen Nervenspass. Ja. 29 Aufrufe am 13.04. dieses Jahr ist hochgeladen, das sind wir auch laufen lassen, ne? Wenn ich das nicht sehe, das nervt schon wieder, aber geht ja noch, ne? Man muss heutzutage aufpassen, wegen Urheberrechtsverletzungen, da müsst ihr noch hier die Details im Video eingeben, das finde ich total schön, und beim dritten, wenn sich das übersteuert, dann hört in der Audioaufnahme, ist das auch nicht schick, ne? Ja. Aber das Bild sieht geil aus, ne? Da merkst du mal wieder was und wie der ab geht eigentlich, ne? Zwei Mittelzertieftöne bei 50 Watt, hört sich ordentlich an. Und hier verbindet ja alles, und dann kommst du in den Boden, schießt ja alles, und dann geht er mal bass-technisch unter die Decke, ne? Das ist mal wieder sehr nachverfreundlich, das Ganze, ne? An den Traum. Sonne scheint auch, geil. Du müsstest aber das Rollo unter machen, weil die immer noch an diesem komischen Dach bis zum 12. Dezember bauen. Und laut der Datenschutzverordnung von YouTube, darfst du die Leute nicht mal so filmen, ne? Das krieg ich nämlich eins auf den Deckel, dann kann der die Nächste sagen, oh, ich bin auf dem Video drauf, den kacke ich mal richtig hin. Muss nicht, muss gar nicht sein, ne? Nein! Ah! Wenn man das hört, dann ist gut, ne? Nein! Ja! 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 Ich hab auch hier wieder auf! Da ist so, nur, Denn ich hab Angst, sie zu verlieren Und wenn da ist es nix passiert, ich sag dir Nein, 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 nein Jetzt ist es noch ein bisschen, was ich will Das hört sich mal wuchtig an, mal richtig wuchtig in die, äh, wuchtig to face, ja Englisch versteht ja sowieso keiner, das ist gut Ja 4 Minuten 13 und zwar Jason Boyle-Hell, das ist immer auch laufen lassen, aber ja, den müssen ja viel Spaß Safe, schwitzt schon wieder Boah, es ist warm, schwitzt 31 Aufrufe am 13.04. dieses Jahr hochgeladen, schon mal, auch schon wieder, ja Gut, gut, geht ja noch, ne Es gibt ja was Schlimmeres, ne Jetzt bewegt sich der, ah, ja Das ist alles einfach besser Hört sich das oder seedlich gut an, das wird jeder auf dem Auge und der Kamera sehen, aber ich kann nicht mal auf, die Dynamik geht auch noch vorne Der Phobos geht auch seine Probleme. Ich sage schon mal vorsichtig, schau her, der Airbus 870 am Bass-Testler ist und das sage ich euch mal. Der Phobos geht auch bei den Räumen, mit dem wir re-resignen. Ich sage schon mal, ich sage schon mal, ich sage schon mal. Ich sage schon mal, ich sage schon mal, ich sage schon mal, ich sage schon mal, ich sage schon mal. Musik Ich sage jetzt schon mal ciao, euer Airbus 870 am Basstest Version 3.5 Ich sage jetzt schon mal ciao, euer Airbus 870 am Basstest Version 3.5 Wenn euch das Video gefaltet habt, könnt ihr schon mal das Lied suchen. Letzte Lied für euch. Letzte Lied. Letzte Lied. Ja. Hä? Ja. 2 Minuten 42 und zwar Nina Subi-Stich. Ich verstehe, dass wir mal laufen lassen. Ich sage jetzt Tschüss, euer Airbus 870 am Basstest Version 3.5 Wenn euch das Video gefallen hat, liked oder abonniert meinen Kanal oder finden Sie das Video in der Playlist oder in der Videobeschreibung. Das würde mich freuen aufm Abo, ne auf jeden Fall net, ne. Letzte Lied. Gut. 33 Aufrufe am 13.04. dieses Jahres hochgeladen, ne. Wenn ihr hier schon mal wieder seht, ha, läuft. Da können wir mal ein bisschen Power rauslassen nach dem Fluss, ne. Da können wir mal ein bisschen Power rauslassen nach dem Fluss, ne. Das würde ich nicht mehr heilt, ich mache Chefs singen, ne. Chefs singen so. Mann, Mann, Mann. Mann, Mann. Mann, Mann. M-Bus 870. Leider nur an Abonnieren. M-Bus 870. Abonnieren. W-Bus 870. Ja, hört sich gut auf den Briefen rein, ne. Was dann wie bei 40 Watt-Kanal, im Wissen, das hört sich jetzt gut an, als man mit dem Maul auf der Kamera sieht. Weil wieder sehr nachbarfreundlich, aber ist halt so. Kann ja auch nicht so fanden, ne. Außerdem, Mittagsruhe ist vorbei. Ja, drei. Oder Abendrei. Aber der tiefe Bass, ey, wie da abgeht, Alter, ne? Aber der tiefe Amstream. Aber der tiefe Amstream. Ja gut, aber der tiefe Amstream macht seine Arbeit und er wendet dieses Jahr, Dezember, ein Jahr, ne? Ich glaube, ab 18 Dezember, ne? Also gut, ciao, 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 like und abonnieren, gut.